Das Königreich Belgien ist ein Staat in Westeuropa. Es liegt an der Nordsee und grenzt an die Niederlande, Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Belgien zählt rund 11 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 30.528 Quadratkilometern. Seit der Unabhängigkeit 1830 und Verfassungsgebung 1831 ist Belgien eine konstitutionelle Erbmonarchie. Der Norden des Landes mit den Flamen ist niederländisches, der Süden mit den Wallonen französisches Sprachgebiet. Brüssel ist offiziell zweisprachig, faktisch aber mehrheitlich frankophon. Im Osten sind Hochdeutsch und Westmitteldeutsche Mundarten verbreitet. Der anhaltende flämisch-wallonische Konflikt prägt die gegensätzlichen Interessen der Vertreter der beiden großen Bevölkerungsgruppen in der belgischen Politik. Seit den 1970er Jahren wird daher versucht, diesem Problem durch eine Dezentralisierung der Staatsorganisation zu begegnen. Dazu wurde Belgien in einen Bundesstaat bestehend aus sechs Gliedstaaten, drei Regionen und drei Gemeinschaften umgewandelt. Die Regionen Flandern, Wallonien und Brüssel Hauptstadt sowie die flämische, französische und deutschsprachige Gemeinschaft bilden heute die politische Grundlage des Landes. Belgien ist Gründungsmitglied der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der heutigen Europäischen Union, deren wichtigste Institutionen in seiner Hauptstadt Brüssel ihren Sitz haben. Der belgische Staat ist des Weiteren neben den Niederlanden und Luxemburg Mitglied in der Wirtschaftsunion Benelux. Landesname und Überblick Der Name Belgien rührt von der römischen Provinz Gallia-Belgica her. Dieser nordöstliche Teil Galliens wurde von Stämmen keltischer und germanischer Herkunft bewohnt. Im 18. Jahrhundert galt das französische Adjektiv Belge oder Belgik dann als Entsprechung von Niederlands. Niederländisch der kurzlebige Unabhängige, belgische Staat von 1790 hieß Z.B. auf französisch Etats Belgique Vesonies und wurde auf Niederländisch meist verennigte Niederlandse Staten genannt. Später beschränkte sich der Gebrauch von Belge und Belgik mehr und mehr auf die südlichen Niederlande. Das heutige Belgien, seit Ende des Mittelalters bis ins 17. Jahrhundert war Belgien ein Hort kulturellen und wirtschaftlichen Schaffens und Reichtums. Ab dem 16. Jahrhundert war Belgien Kriegsschauplatz vieler Schlachten der europäischen Machthaber, so Z.B., während der Koalitionskriege sowie des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Belgien nahm intensiv an der industriellen Revolution teil und besaß Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts. Mehrere Kolonien außerhalb Europas. Geografie Geografischer Mittelpunkt Nils St. Vincent Höchste Erhebung Signal de Boutranche Höchstgelegene Ortschaft Müring Abgesehen vom Bergland der Adenen im Südosten ist Belgien weitgehend eben. Die Küste ist 72,3 km lang. 25% der Landfläche werden für Landwirtschaft genutzt. Ungefähr 95% aller Belgien leben in Städten. Laut den Berechnungen des Königlichen Belgischen Instituts für Naturwissenschaften hat Belgien eine Fläche von 30.528 Quadratkilometer. Es gibt unter anderem folgende Flüsse und Kanäle. Geschichte Hauptartikel Geschichte Belgiens als Provinz Belgeke Ein von Cäsar eingeführter Name erlebte das heutige Gebiet Belgien viele Herrschaften. Es war im Frühmittelalter Teil des Fränkischen Reiches und wurde bei dessen Teilungen ebenfalls immer wieder politisch geteilt. Später war es überwiegend Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches und zerfiel in einzelne Herzogtümer und Grafschaften. Vom Hochmittelalter bis zur frühen Neuzeit stellten die Städte Flanterns mit ihren Tuchindustrien eines der beiden Zentren der europäischen Wirtschaft dar. Die einzelnen Territorien gerieten politisch unter das Haus Burgund, das 1477 von den Habsburgern beerbt wurde. Zunächst regierte der spanische Zweig der Habsburger, danach waren es die österreichischen Niederlande. 1794 wurde es vom revolutionären Frankreich annektiert. 1815 auf dem Wiener Kongress wurde Belgien den Niederlanden zugesprochen. Nach der Belgischen Revolution wurde das Land 1830 unabhängig. Es wurde eine parlamentarische Monarchie errichtet und Leopold von Sachsen-Coburg zum ersten König der Belgier ernannt. Leopold II, Sohn des ersten Königs, erwarb den Kongo in Afrika als Privatbesitz. Nachdem die Kongo-Kreuil international bekannt geworden waren, musste Leopold das Gebiet 1908 als Kolonie an den belgischen Staat abtreten. Während Leopolds Schreckensherrschaft waren in dem afrikanischen Land schätzungsweise 10 Millionen Menschen durch Sklaverei und Zwangsarbeit ums Leben gekommen. 1960 wurde der Kongo unabhängig. Im Ersten Weltkrieg wurde das neutrale Belgien entsprechend dem schliefen Plan in die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem deutschen Kaiserreich und Frankreich als Durchgangsland einbezogen und von der kaiserlichen deutschen Armee fast gänzlich eingenommen. Auf den Partisanenkrieg der Wallonen reagierte das deutsche Militär mit Vergeltungsschlägen in Form von Erschießungen, Bränden und Geiselnahmen. In die Nand und mehreren anderen belgischen Städten kam es zu regelrechten Massakern an der Zivilbevölkerung. Ob es überhaupt eine größere Partisanenaktivität gegeben hat, ist heute umstritten. Im Verlauf des Stellungskrieges wurden viele Städte in Flandern zerstört. Als im deutschen Reich die Arbeitskräfte knapp wurden, mussten zehntausende belgische Zivilisten, Flamen wie Wallonen, Zwangsarbeit für das kaiserliche Militär und die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Nach dem Krieg annektierte Belgien die mehrheitlich von Deutschen bewohnten Gebiete der Region um Eupen und Malmedie, die weiteren eingeforderten. Gebiete bis zum Rhein hin wurden dem Staat allerdings nicht übertragen. Die vertraglich vereinbarte Volksabstimmung in Eupen und Malmedie wurde vom belgischen Staat unter extrem undemokratischen Bedingungen durchgeführt, da man mit einer Abstimmungsniederlage rechnete. Belgien beteiligte sich später auch an der Ruhebesetzung. Im Zweiten Weltkrieg verhielt sich das Land anfangs neutral, wurde dann aber wieder vom Militär als Durchgangsland nach Frankreich besetzt, verlor seine annektierten Gebiete wieder und gelangte in den Einflussbereich der nationalsozialistischen Diktatur Hitlers. Minderheiten wie Juden und Roma wurden in Konzentrationslager deportiert. Bis zur Befreiung durch die Westalliierten hatte es wie halb Europa unter der Willkürherrschaft der nationalsozialistischen Diktatur und die jüdische Bevölkerung unter ihrer Verfolgung und Vernichtung zu leiden. Städte und Landschaften blieben aber weitgehend von Kriegszerstörungen verschont. Lediglich im Osten des Landes, vor allem um St. Wied und Bastogne, führte die Adennen-Offensive im Winter 1944-45 zu schweren Zerstörungen. Die bereits seit 1944 geplante Zoll- und Wirtschaftseinheit von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg wurde im Hager-Vertrag am 3. Februar 1958 vereinbart und ist am 1. November 1960 in Kraft getreten. Belgien gehört zu den Gründerstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und spielt seither eine wichtige Rolle im europäischen Einigungsprozess. Das Land bzw. die belgische Hauptstadt Brüssel wurde Sitz internationaler Organisationen wie der NATO und der Europäischen Union. Die Innenpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg war von einer Föderalisierung geprägt, die sezessionistische Tendenzen der verschiedenen Sprachräume, insbesondere des flämischen Nordens, abzumildern versuchte. Zeitweise gewannen die auf eine Unabhängigkeit der Landesteile zielenden Parteien große Wähleranteile. Siehe auch, Recht, Hauptartikel, Politik, Hauptartikel, belgische Monarchie und Föderalregierung Belgien ist eine bundesstaatlich organisierte konstitutionelle Erbmonarchie mit einem Zweikammerparlament. Die Bundeslegislative setzt sich zusammen aus dem König sowie den beiden Parlamentskammern, der bedeutenderen Abgeordnetenkammer mit 150 und dem Senat mit 60 Mitgliedern. Der König gehört gleichzeitig auch der Exekutive an, die er zusammen mit der 15-köpfigen Föderalregierung bildet, der wiederum der Premierminister als primus inter pares vorsteht. Die föderalen Institutionen sind verantwortlich für Justizwesen, Finanzpolitik, innere Sicherheit, Außenpolitik, Landesverteidigung und soziale Sicherheit. Siehe auch, die meisten Parteien, vor allem die größeren, haben ihre Basis entweder in Flandern oder in Wallonien. Die deutschsprachigen Parteien sind nur regional tätig. Hauptartikel Belgien ist von innerer Zerrissenheit vor allem zwischen der flämischen und der in Wallonien und in Brüssel lebenden frankophonen Volksgruppe geprägt. So sind zum Beispiel Volkszählungen, welche die gesprochene Sprache der Einwohner erheben, seit 1961 verboten. Tendenziell nähmen die Spannungen eher zu. Insbesondere die Wahlerfolge separatistischer flämischer Parteien führten zu der häufig geäußerten Annahme, dass es letztendlich früher oder später zu einer Abspaltung Flanderns vom belgischen Gesamtstaat käme. Als problematisch wird hierbei insbesondere der künftige Status der von der französischsprachigen Bevölkerungsgruppe geprägten Hauptstadt Brüssel und seines verwaltungsmäßig zu Flandern gehörenden Umlandes, die zusammen den Wahlkreis Brüssel-Halle-Wilforde bildeten, sowie die bisherige Einbindung Belgiens in verschiedene internationale Organisationen gesehen. Zudem wäre die Zukunft des Königshauses ungewiss. Im März 2008 verständigten sich flämische und frankophon Christdemokraten und Liberale sowie die wallonischen Sozialisten auf die Bildung einer gemeinsamen Regierung mit Iwe Leterme als Ministerpräsidenten. Leterme wurde daraufhin am 20. März 2008 gewählt. Am 18. Dezember 2008 teilte der Kassationshof das höchste ordentliche Gericht in Belgien in einem Brief an den Kammervorsitzenden Hermann van Rompuy mit. Dass Leterme versucht habe, das Gericht in der Frage des geplanten Verkaufs der belgischen Bankfortis an den französischen Finanzkonzern BNP Paribas zu beeinflussen, dies hatte Leterme kurz zuvor noch bestritten. Tags darauf trat die gesamte Regierung Leterme zurück. Ab dem 30. Dezember 2008 führte Hermann van Rompuy die belgische Föderalregierung, welche sich aus derselben Fünf-Parteien-Koalition zusammensetzte. Nachdem er jedoch am 19. November 2009 zum ersten ständigen Präsidenten des Europäischen Rates designiert worden war, legte er sein Amt als Premierminister am 25. November 2009 wegen Unvereinbarkeit der Ämter nieder. Am gleichen Tag noch wurde Leterme erneut zum Premierminister ernannt und führte seither seine zweite Föderalregierung in dieser Legislaturperiode. Diese zweite Regierung unter Iveleterme zerbrach im April 2010 wieder, als nach internen Streitigkeiten um eine Lösung im Konflikt um den zweisprachigen Wahlkreis Brüssel-Halle-Wilforde die flämische Liberale Partei, Open VLD ihren Rückzug aus der Regierung bekannt gab. Bei den vorgezogenen Neuwahlen am 13. Juni 2010 gewann die separatistische Neu-Flemische Allianz unter Bad de Weber 27 der 150 Sitze und stellt damit unter den flämischen Parteien die stärkste Fraktion im Parlament. In Wallonien wurde die sozialistische PS von Elio Di Rupo stärkste politische Kraft. König Albert II. setzte folglich nacheinander acht verschiedene Vermittler ein, die allesamt mit einer Regierungsbildung scheiterten. Erst Elio Di Rupo gelang es als offizieller Formateur in seiner Sondierung mit sechs Parteien eine Koalitionsregierung zu bilden. Der Wahlsieger in Flandern, die rechtskonservativ-separatistische NVA, nahm an diesen Verhandlungen nicht teil. Damit hat die Regierung Di Rupo I., die am 5. Dezember 2011 ernannt wurde, keine Mehrheit auf flämischer Seite. Mit dem Sozialisten Elio Di Rupo wurde erstmals seit dem Ende der letzten Regierung von Paul Vandenbu Inans 1979 ein Frankofoner zum belgischen Ministerpräsidenten gewählt. Bis zu seiner Wahl blieb die Regierung Leterme geschäftsführend im Amt. Die Zeitspanne von 540 Tagen von der Wahl bis zur Bildung der neuen Regierung stellt einen Rekord in der modernen Weltgeschichte dar. Am 21. Juli 2013 dem belgischen Nationalfeiertag dankte König Albert II. zugunsten seines ältesten Sohnes Philippe ab, nachdem er dies am 3. Juli 2013 angekündigt hatte. Am 11. Oktober 2014 wurde die neue Regierung unter dem frankophonen Premierminister Charles Michel vereidigt. Im Gegensatz zu den bisher üblichen breiten Koalitionen stammen alle beteiligten Parteien, die Neuflemische Allianz, die Christlich-Demokraten und die Liberalen auf flämischer Seite sowie Michels Liberale auf frankophoner Seite aus dem Mitte-Rechts-Spektrum. Siehe auch, Belgien hat eine strategische geografische Position im Herzen Europas, inmitten eines europäischen Ballungsraumes und in der Nähe der größten Seehäfen. Dadurch besteht eine gewisse Abhängigkeit vom internationalen Handel, wobei die wichtigsten Handelspartner die Nachbarstaaten Niederlande, Deutschland und Frankreich sind. Das macht Belgien zu einer der offensten Volkswirtschaften in der Europäischen Union. Vor diesem Hintergrund verfolgt Belgien traditionell eine Öffnungspolitik zu den europäischen Nachbarn, zum einen durch die Benelux-Gemeinschaft, zum anderen im Rahmen des Europarates und der Europäischen Union, zu deren Gründungsmitgliedern Belgien gehört. Das Land ist ebenfalls Gründungsmitglied der Europäischen Währungsunion. Eurobarometer-Umfragen zeigen regelmäßig, dass die belgische Bevölkerung etwa zu zwei Drittel pro europäisch eingestellt ist, was über dem EU-Durchschnitt von knapp über 50 Prozent liegt. Die belgische Hauptstadt Brüssel ist Sitz mehrerer EU-Institutionen und Agenturen wie die Kommission, das Parlament, der Ministerrat, der Wirtschaft und Sozialausschuss oder der Ausschuss der Regionen sowie zahlreicher Lobbyinggruppen, Nichtregierungsorganisationen USW, die im Bereich der Europapolitik arbeiten. Die belgischen Regierungen seit 1945 haben sich für den Aufbau Europas eingesetzt. Unter belgischem Ratsvorsitz in der zweiten Hälfte 2001 wurde die Einberufung des Verfassungskonvents beschlossen, der einige Jahre später den Vertrag über eine Verfassung für Europa hervorbringen sollte. Belgien setzte sich für den Ratifizierungsprozess des VVE ein und nach dessen Scheitern für die Erhaltung der Substanz des VVE im Vertrag von Lissabon, der am 13. Dezember 2007 unterschrieben wurde und am 1. Dezember 2009 in Kraft trat. Belgiens Verteidigungspolitik stützt sich nicht nur auf die NATO, sondern auch auf die EU im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Hauptstadt Brüssel ist sowohl Sitz der NATO-Hauptorgane als auch der Europäischen Verteidigungsagentur der EU, was Belgien zum Zentrum der euroatlantischen Verteidigungsstrukturen macht. Das Land stellt für die European Battle Groups Truppen bereit und beteiligt sich an Einsätzen der EU, beispielsweise an der Jufa. Durch seine historischen Verbindungen zum afrikanischen Land Kongo hat sich Belgien als Meinungsführer bei Angelegenheiten der großen Seen und Zentralafrikas innerhalb der EU etabliert und ist maßgeblich um eine friedliche Stabilisierung des Ostkongo bemüht. Durch Belgiens föderale Struktur, die der Lokalebene außerordentlich viele Kompetenzen zuweist, sind sowohl die Regionen als auch die Gemeinschaften maßgeblich an der Formulierung der belgischen Europapolitik beteiligt, jedoch zugleich von der Umsetzung politischer Ziele der EU betroffen, was eventuelle lokale Unterschiede bei der Umsetzung erklärt. Zum Beispiel sind sie zuständig für Kulturpolitik und können in diesem Bereich Verträge mit ausländischen Staaten abschließen, so dass sie im Ausland ein eigenständiges Profil aufgebaut haben, zum Beispiel indem sie in einigen belgischen Botschaften Kulturreferenten stellen. In der zweiten Hälfte 2010 hatte Belgien den Vorsitz des Ministerrates inne. Diese belgische Ratspräsidentschaft bildete das Mittelstück der Trio-Präsidentschaft mit Spanien und Ungarn. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde der Belgier Hermann van Rompuy in das neu geschaffene Amt des Präsidenten des Europäischen Rates. Berufen Militär Die belgischen Streitkräfte untergliedern sich in Heer, Marine, Luftstreitkräfte und medizinische Score. 2006 hatten die belgischen Streitkräfte eine Stärke von 36.000 Mann. Der freiwillige Wehrdienst wurde formell 1994 abgeschafft. Die Verteidigungsausgaben betrugen 2006 2,5 Milliarden Euro. Die Landstreitkräfte sind mit 24.600 die größte der Teilstreitkräfte. Sie können auf einen Fuhrpark von 300 Kampfpanzern, 989 gepanzerten Fahrzeugen und 288 Artilleriegeschützen zurückgreifen. Die belgische Luchtmacht bzw. Forest-Erien-Belge ist mit 6.350 Mann die zweitgrößte Teilstreitkraft. Ihr stehen 72 F-16 Kampfflugzeuge sowie ein und 30 Hubschrauber zur Verfügung. Die Marine ist in einem gemeinsamen Benelux-Kommando organisiert. Sie verfügt über zwei Willingen-Fregatten, sechs Minenjäger und ein Flusspatrouillenschiff. Die Polizeireform von 2001 hat eine auf zwei Ebenen strukturierte integrierte Polizei geschaffen. Föderale Polizei mit einem Generalkommissariat und drei Generaldirektionen. Diese sind zum Teil auch auf Provinz- bzw. Gerichtsbezirksebene dezentralisiert. Lokale Polizei mit ihren momentan 195 Polizeizonen ist aus kommunalen Polizeienheiten und der bis 2001 bestehenden Reichswacht Gendarmerie gebildet worden. Hauptartikel Politisches System Belgiens und Verwaltungsgliederung Belgiens Belgiens ist seit 1993 ein Bundesstaat, der sich sowohl in drei Regionen als auch in drei Gemeinschaften gliedert. Als nachgeordnete Verwaltungseinheiten bestehen zehn Provinzen und 43 Arrondissements. Die lokale Selbstverwaltung wird von den 589 Gemeinden ausgeübt. Sowohl die Regionen als auch die Gemeinschaften sind Gliedstaaten des belgischen Bundesstaates. Sie unterscheiden sich durch ihre territoriale Abgrenzung und ihre Kompetenzen. Die Regionen sind zuständig für große Bereiche der Wirtschafts-, Umwelt-, Verkehrs- und Agrarpolitik. Zudem üben sie die rechts- und gegebenenfalls Fachaufsicht über Provinzen, Arrondissements und Gemeinden aus. Die Gemeinschaften verantworten das Gesamt der Bildungswesen, die Kulturpolitik sowie weitere personenbezogene Angelegenheiten. Auch im Vergleich mit anderen Bundesstaaten verfügen Regionen und Gemeinschaften zusammengenommen über ein hohes Maß an Kompetenzen. Zudem können sie in ihren Verantwortungsbereichen eigenständig Verträge mit ausländischen Staaten abschließen. Vom belgischen Staat abgeschlossene internationale Verträge, die Kompetenzen der Regionen bzw. Gemeinschaften betreffen, bedürfen der Zustimmung derer Parlamente. Dies gilt beispielsweise für die Verträge der Europäischen Union. Bei der Bundesebene sind vor allem die Zuständigkeit für Außen-, Verteidigungs- und Finanzpolitik, die sozialen Sicherungssysteme sowie die Polizei und Justiz verblieben. Die territoriale Abgrenzung der Regionen und Gemeinschaften richtet sich nach den Sprachgebieten. Die Flämische Region umfasst das niederländische Sprachgebiet, die Wallonische Region das französische und das deutsche Sprachgebiet. Die Region Brüssel Hauptstadt das zweisprachige französisch-niederländische Gebiet. Die Flämische Gemeinschaft übt ihre Befugnisse auf dem niederländischen und dem zweisprachigen Sprachgebiet aus. Die Französische Gemeinschaft auf dem französischen und dem zweisprachigen Sprachgebiet. Die deutschsprachige Gemeinschaft auf dem deutschen Sprachgebiet. Regionen und Gemeinschaften verfügen jeweils über ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung. Allerdings haben die Flämische Gemeinschaft und die Flämische Region ihre Institutionen zusammengelegt. Außerdem kennt man in Belgien auf einer tieferen Verwaltungsebene die insgesamt zehn Provinzen, die innerhalb der Regionen liegen. Die Flämische Region umfasst fünf Provinzen, Westfländern. Die Wallonische Region umfasst ebenfalls fünf Provinzen, Wallonisch-Brabant. Die Region Brüssel Hauptstadt gilt als provinzfrei. Sie übt ihre Zuständigkeiten im Verwaltungsbezirk Brüssel Hauptstadt aus der Deckungsgleich mit der Region Brüssel Hauptstadt ist. Die unterste Verwaltungsebene stellen die 589 Gemeinden dar. Siehe auch, Staatshaushalt der Staatshaushalt umfasste 2009 Ausgaben von 183 Milliarden Euro, dem standen Einnahmen von 163 Milliarden Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Haushaltsdefizit in Höhe von 20 Milliarden Euro bzw. 6,0% des Bruttoinlandsprodukts. Bemerkenswerterweise ist es Belgien in den Jahren zwischen 1995 und 2007 gelungen, den relativen Anteil der Staatsverschuldung am Bruttosozialprodukt deutlich abzubauen. Dieser Erfolg wird allerdings durch die Euro-Krise seit 2007 gefährdet. Am 25. November 2011 stufte die Ratingagentur Standard & Post Belgien von der Bewertung AA Plus auf AA herab. Begründet wurde dies mit der schwelenden Staatskrise, dem geringen Wachstum und dem wachsenden Druck der Finanzmärkte. Die Staatsverschuldung betrug 2011 361,7 Milliarden Euro oder 98% des Bruttoinlandsprodukts. 2006 betrug der Anteil der Staatsausgaben folgender Bereiche Gesundheit 9,9%, Bildung 6,0%, Militär 1,3%. 2000 betrug der Anteil 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 der